Tobi, ich will dich heute mitnehmen ins Fitnessstudio. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Da müsste ich in der Tat mal wieder hin, Christian. Ach so, ja, wie gut, dass wir jetzt an der Stelle hier sind, denn es geht um Stärken und Schwächen. Das hat aber nichts mit den Stärken und Schwächen im Gym zu tun. Nein, wir gehen ins meinte Gym, wenn man so möchte. In der heutigen Folge lernt ihr eure Stärken und Schwächen kennen und wie ihr sie gezielt einsetzt, um in eurer Karriere große Schritte nach vorne zu machen. Viel Spaß. Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast. Karriere-Marketing-Podcast. Mit dem Mann fürs Marketing, Christian Hilgers. Und dem Personalexperten Tobias Gans. Die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 1, 0. All in den Armen. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Karriere-Marketing-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid und uns erneut zuhört. Da freuen wir uns sehr drüber. Christian, erstmal die wichtigste Frage. Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Mir geht es auch wunderbar. Ich war diese Woche übrigens das erste Mal wieder seit langer Zeit im Gym. Oh. Ja. Das ist sehr gut, denn du tust was für deine körperliche Fitness. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es geht auch. Aber es geht doch um Stärken und Schwächen. Ja, Christian. Das ist richtig. Aber um andere Stärken und Schwächen. Und zwar, es geht um die Stärken und Schwächen, die du im beruflichen Kontext für dich nutzen kannst. Aber ich will gar nicht zu viel verraten, denn wir springen ja gleich direkt in die Folge. Aber ich sage mal, mit so einem ordentlichen Muskel kann ich ja auch mal den Chef unboxen oder was? Ja, das kann man mal machen. Es wäre jetzt nicht zu empfehlen. Zumindest nicht, wenn du in dem Unternehmen bleiben willst. Ach so, okay. Das wäre übrigens auch ein guter Song der Folge gewesen von Seed. Aber das würde zu weit führen, denn der heutige Song der Folge, was für Übergänge, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. Der Song der heutigen Folge. Ja, ist nämlich Aside von The Weaker Sense. Und zwar haben wir den Song ausgewählt, weil es hier um einen Veränderungsprozess geht. In dem Fall eines Mitte-20-Jährigen. Aber was man natürlich auch schön im Job-Kontext natürlich immer auch schön sehen kann. Weil das ist ja das Ziel unseres Podcasts, Veränderungen anstoßen. Und da passt dieser Song auch im Hinblick auf Stärken und Schwächen, dieses eigene Erkennen von Stärken und Schwächen, ganz fantastisch. Dann würde ich sagen, springen wir direkt rein. Und du hast uns dann ein Tool mitgebracht aus dem, und das ist ja unser Ansatz, aus dem Unternehmensmarketing, das man auch für sich persönlich nutzen kann. Magst du uns das kurz vorstellen? Genau, die allseits wahrscheinlich bei vielen auch bekannte SWOT-Analyse, SWOT geschrieben. Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Das ist die Abkürzung dafür. Aber das kann man natürlich in vielen Bereichen nutzen. Also es wird zum einen im Consulting benutzt, dann natürlich auch im Marketing selbst. Und hier geht es einfach darum, Stärken und Schwächen zu erkennen. Das ist aber eine interne Analyse. Aber auch halt Chancen und Risiken zu erkennen. Eine externe Analyse. Wir würden heute einfach den Blick in der Folge auf die Stärken und Schwächen, sprich auf die interne Analyse lenken. Genau, darum soll es heute gehen. Viele kennen die Methodik vielleicht aus dem Studium. Wenn ihr beispielsweise aus einem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich kommt, dann ist das eigentlich eine Standardmethodik, die im Studium irgendwann mal auftaucht. Von daher, wie du gerade gesagt hast, wird es dem einen oder anderen von euch gewiss bekannt vorkommen. Gibt es ja auch schon seit über 60 Jahren. So lange schon. War Harvard Business School seinerzeit von dieser eingeführt. Also ja, Anfang der 60er Jahre irgendwie. Wenn sich die Methode so lange gehalten hat, dann scheint ja irgendwas dran zu sein. Es macht ja dann irgendwie Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Sie ist halt einfach sehr, sehr schön einfach. Also ich betrachte halt in vier Quadranten die eben genannten Parameter und ziehe dann halt meine Schlüsse daraus und kann daraus dann halt auch relativ schnell eine gute Strategie ableiten. Hast du denn schon mal eine Stärken- und Schwächenanalyse für dich gefahren? Ja. Also gehen wir jetzt direkt ans Eingemachte, ja? Jetzt geht es direkt ans Eingemachte. Jetzt wird es persönlich. Ins Gym sozusagen. Ins Gym, okay. Ins psychische Gym quasi, um hier mal einen Zungenbrecher zu bemühen. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Vielleicht machen wir einen Pingpong. Vielleicht hast du dir auch schon Gedanken gemacht. Ich habe mir auch Gedanken gemacht. Sehr gut. Dann starten wir jetzt. Ich würde sagen, ich sage eine Stärke, du sagst eine Stärke. Dann Schwäche, Schwäche und so geht es hin und her. Genau, so machen wir es. Eine meiner Stärken, würde ich sagen, ist die Empathie. Oh. Oh, okay. Ein Thema, was nach meiner Meinung nach sehr unterschätzt ist. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht im beruflichen Kontext mal mit Personen zusammengearbeitet habt, die ja nicht so viel Empathie aufbringen können. Und das ist besonders im Rahmen von Mitarbeitergesprächen auf jeden Fall ein Skill, der sehr lohnenswert ist. Und ja, Empathie besitzt nicht jeder. Von daher coole Stärke. Deswegen steht es bei mir auch relativ weit oben oder ganz oben, weil ich auch denke, dass es auch eine Stärke ist, die in der Zukunft auch viel, viel, viel wichtiger ist. Gerade wenn wir uns halt nachfolgende Generationen, Gen Z etc. Gibt es eigentlich für die nach der Generation Z schon einen Namen? Glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. 1A Alpha T vielleicht. Müsste man bei Google anwerfen. Aber spätestens ab Gen Z ist es ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil da der Wohlfühlfaktor auch am Arbeitsplatz eine viel, viel größere Rolle spielt als bei den Boomern und so weiter und so weiter. Und dementsprechend, der Wohlfühlfaktor wird natürlich auch sehr von den Menschen beeinflusst. Und daher ist Empathie sicherlich ganz weit oben anzusiedeln. Und wie sieht es mit deiner Stärke aus? Ich habe mir als erste Stärke notiert Optimismus. Ah, sehr gut. Ja, weil... Die habe ich auch drin. Das heißt, das kann ich bei mir schon mal streichen. Ja, guck mal. Gibt es schon eine Doppelung. Ja, Wahnsinn. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass ich ein sehr optimistischer Mensch bin. Das heißt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, sehe ich eigentlich immer das Positive und blicke positiv auf neue Herausforderungen. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit oder eine Stärke, die nicht schaden kann. Das heißt, wenn es auch mal kritisch wird oder wenn man vor einer Herausforderung steht, dass man immer mit Optimismus an diese Aufgabe herangeht und dann eher auch die Chancen wahrnimmt, diese Aufgabe, anstatt zu sagen, da gibt es vielleicht irgendwelche Risiken und vielleicht klappt das nicht und alles ein wenig schwarz malt. Von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass ich grundsätzlich sehr optimistisch an Herausforderungen und Probleme herangehe. Ja, wir haben das ja schon mal ein bisschen betrachtet. Also ich hatte Optimismus, Optimismus-Positivität bei mir notiert. Und da möchte ich nochmal an die elfte, zehnte Folge erinnern. Zukunft braucht Herkunft. Da hatten wir ja auch das Thema schon mal ein bisschen angerissen, nämlich wie ich auch aus vielleicht nicht so guten Erfahrungen, aus negativen Erfahrungen heraus trotzdem was Positives herausziehen kann. Und wenn ich es nur dafür nutze, um halt eine gute Story zu erzählen, die dann wiederum anderen Menschen hilft. Aber gehen wir mal etwas weg von den Stärken, denn es gibt ja auch durchaus Schwächen. Jeder hat Stärken und Schwächen. Wenn ich auf meine persönlichen Schwächen gucke, dann fällt mir auf jeden Fall ein, dass ich teilweise mich sehr schnell ablenken lasse. Also ich will gar nicht sagen unkonzentriert, aber natürlich auch getrieben durch die Digitalisierung, Handy und Co. lässt man sich immer schneller ablenken. Und das muss ich ganz klar sagen, mir fällt es unglaublich schwer, über einen längeren Zeitraum im Fokus und konzentriert zu bleiben. Das habe ich übrigens auch aufgeschrieben. Da habe ich übrigens einen Buchtipp. Und weißt du, was wir mit dem machen? Den packen wir in die Goodies. Den verraten wir jetzt gerade gar nicht. Sehr gute Idee. Ein richtig sehr, sehr, sehr gutes Buch. Was dabei hilft, die Augen zu öffnen, hinsichtlich der eigenen Ablenkbarkeit und wie man es doch wieder schafft, langfristig wieder den Fokus und die Konzentrationsfähigkeit hochzuschrauben. Und dieses Goodie, das nur ganz kurz eingeschoben, erhaltet ihr natürlich über unsere Mailingliste über www.karriere.marketing. Aber eine Schwäche sicherlich, die viele haben werden. Und die steht natürlich auch bei mir drauf. Ein bisschen weiter unten, aber ich habe es so in diesem Bereich Impulsivität, Konzentration auf eine Sache gepackt. Es ist einfach ein grundsätzliches Problem, glaube ich, aktuell oder generell jetzt im Moment im Hinblick auf Medien, Medienkonsum, Mediennutzung und so weiter, vor der Herausforderung wir halt einfach stehen. Aber, Buchtipp, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, da wieder den Fokus wieder zu erlangen und konzentrierter zu arbeiten und an einer Sache dran zu bleiben tatsächlich. Weil das ist ja auch das Schöne, wenn man seine eigenen Stärken, aber auch wenn man seine eigenen Schwächen kennt, dann kann man an diesen arbeiten. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ganz weit oben steht bei mir übrigens das Thema Zeitmanagement. Meine Frau wird jetzt denken, ja, verdammt. Und auch viele andere. Das ist tatsächlich, auch das ist mir bewusst, wir hatten das in der Folge mit dem Thema Werte. Wenn mein Chef oder meine Chefin natürlich Wert auf Pünktlichkeit legt und ich mit meinem Zeitmanagement so ein ganz klein bisschen oder auch ein größeres Problem habe, ist das natürlich nicht so glücklich. Dann kann ich natürlich schauen, finde ich eine Lösung, in der ich an mir arbeite. Oder, das muss man auch mal sagen, Schwächen, wenn sie einfach zu groß sind und zu viel Aufwand erfordern und ich es trotzdem nicht hinbekomme, dann gibt es vielleicht auch noch die eine oder andere Lösung. Stichwort Gleitzeit oder generell erstmal ein offenes Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten suchen und schauen, vielleicht kriegen wir das ja auch anders geregelt. Ja, ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, wie man grundsätzlich so mit den Stärken dann letztendlich umgeht oder auch mit den Schwächen. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde sagen, ein Beispiel haben wir noch für Stärken und Schwächen. Oh, verdammt, ich habe einige. Du hast noch mehr. Wahnsinn. Aber grundsätzlich ja positiv, dass du so viele Stärken notieren kannst von dir. Und Schwächen. Also, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf die Folge. Sehr gut. Vorbereitung ist 50 Prozent. Genau, auch im anderen Kontext. Thema Gehaltsverhandlung zum Beispiel. Ja, Perform sind die anderen 50 Prozent. Das wäre übrigens auch noch eine Stärke von mir, denke ich. So denke ich. Rhetorik und Kommunikation, um es mal ganz kurz abzukürzen. Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Beharrlichkeit, Flexibilität. Das wären auch so andere Stärken, die ich bei mir notiert hätte. Wie sieht es bei dir aus? Ja, wenn ich auf meinen Zettel schaue, was ich mir notiert habe. Also, ich bin auf jeden Fall ein sehr anpassungsfähiger Typ. Bin auch kommunikativ, sehr hilfsbereit. Bin ruhig und gelassen. Also, mich bringst du eigentlich, also ich kann mich an keine Situation erinnern, wo man mich wirklich mal aus der Ruhe gebracht hat und wo ich dann wirklich die Kontrolle verliere. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Stärke. Besonders in kritischen Situationen. Beispielsweise auch ein Mitarbeitergespräch, wenn es mal ungemütlich wird, oder ein Kündigungsgespräch, da einfach die Ruhe zu bewahren. Gegebenenfalls auch, wenn es mal emotional wird, da dementsprechend gut auf die Situation reagieren zu können. Aber das sind nur meine Stärken. Es gibt ja auch noch Schwächen. Es gibt noch weitere Schwächen. Das wollen wir gar nicht verschweigen an der Stelle. Unbedingt, weil das ist ja sowieso etwas, was ja, glaube ich, noch in vielen Bereichen gar nicht so gerne gemacht wird, aber, glaube ich, langfristig auch wirklich positiv ist. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für das Umfeld, wenn man sich nicht nur seiner eigenen Schwächen bewusst ist, sondern auch Schwächen kommuniziert, bewusst kommuniziert. Weil damit sende ich halt auch ein Zeichen an meinen Gegenüber, dass halt einfach auch bei mir nicht alles unbedingt perfekt ist. Oder dass ich halt vielleicht auch bereit bin, an meinen Schwächen zu arbeiten. Hier vielleicht auch bewusst Hilfe suchen möchte oder Hilfe in Empfang nehmen möchte. Das heißt, das Wissen, aber auch das Arbeiten mit und das Ansprechen von Schwächen ist, glaube ich, sehr entscheidend, um auch in der Karriere große Schritte zu machen. Da bin ich absolut bei dir. Ich habe dir jetzt ein bisschen Zeit verschafft. Was sind denn jetzt deine weiteren Schwächen? Genau. Eine Schwäche, die ich auf jeden Fall mir auf die Karte schreiben muss, ist, dass es, ja, ich will gar nicht sagen häufig, aber dass ich daran arbeite, häufiger mal klare Kante zu zeigen. Oh, das habe ich auch. Das ist witzig. Ja, denn es gibt immer mal wieder Situationen, da bin ich, ja, ich will gar nicht sagen wie so ein Fähnchen im Wind, aber besonders in einem Thema, wo ich mich nicht so gut auskenne, wo ich nicht so viel Sicherheit habe, dass ich dann zwar eine Meinung zu dem Thema habe, aber häufig erst darüber nachdenken muss und in dieser Situation, in dem Gespräch, in dem Meeting gar nicht in der Lage bin, wirklich eine klare Position zu beziehen. Wobei ich da gar nicht sicher bin, ob das unbedingt eine Schwäche ist. Weil ich sage mal, sich auch dessen bewusst zu sein, ich habe jetzt im Moment keine Meinung, weil für meine Meinungsbildung fehlen mir die Fakten, fehlt mir die Grundlage einfach, um sie zu bilden. Das finde ich schon eigentlich extrem positiv, weil es verhindert einfach dieses, ich habe eine Meinung, um jetzt eine Meinung haben zu müssen. Und dann dieses Beharren auf dieser einen Meinung, auch wenn das nicht unbedingt vielleicht zielführend ist. Aber ich glaube, es geht eher in die Richtung, und so verstehe ich das für mich, ich kann mir natürlich zu gewissen Themen eine Meinung bilden, genau in dem Moment. Aber ich rede mir dann selbst immer ein, oh, mir fehlt es an Informationen, um da eine fundierte Meinung abzugeben. Und das kann manchmal hinderlich sein, denn du hast ja dann nur beispielsweise in einem Meeting, auch mit dem Vorgesetzten die Möglichkeit, deine Ideen, deine Meinung zu präsentieren. Und wenn du dann im Nachhinein feststellst, ah, hätte ich mal was gesagt, anstatt gar nichts zu sagen, ist das manchmal nicht von Vorteil. Klar, man kann noch mal reflektieren, und das sehe ich bei mir auch als Stärke, sich zurückzunehmen und einfach mal zu reflektieren, okay, wie sind gewisse Situationen oder Meetings auch gelaufen, um dann einen Mehrwert daraus zu ziehen. Aber dann spontan klare Kante zu zeigen, seine Meinung zu sagen oder einfach mal eine Idee zu teilen, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen verrückt ist, das ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich glaube, dass ich da besser werden kann. Tatsächlich habe ich das für mich unter fehlender Konsequenz und in Klammern Everybody Starling notiert, weil ich halt, und das sehe ich wirklich als Schwäche, versuche ganz, ganz vielen Menschen recht zu machen, jederzeit. Und auch da, Stichwort klare Kante, manchmal muss man einfach Nein sagen. Und da sind wir auch schon ganz am Anfang unseres Podcasts, als ich mal irgendwann gesagt habe, ein klares Nein ist an anderer Stelle ein klares Ja. Und das gilt natürlich auch in diesem Kontext. Das heißt, ich versuche auch nicht mehr Everybody Starling zu sein übrigens, aber das gelingt mir noch nicht so ganz andere Schwächen von dir. Was hast du noch so aufgeschrieben? Ein weiterer Punkt, den ich mir notiert habe unter dem Reiter Schwächen bei mir, ist, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Typ bin und Konflikten schnell aus dem Weg gehe. Also auch ein Stück weit Everybody Starling? Ja, in der Tat. Das Problem in diesem Zusammenhang, wenn man ein harmoniebedürftiger Typ ist, das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Aber im Karrierekontext kann das bedeuten, dass es zahlt so ein bisschen auch auf das Thema klare Kante ein, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt anderer Meinung. Ich habe da eine andere Meinung mit dem Risiko, da jetzt in eine Konfliktsituation zu geraten. Oder auch einfach mal Probleme offen anzusprechen. Wenn es beispielsweise Streitereien im Team gibt, wenn es eine gewisse Disharmonie gibt, diese Punkte dann offen anzusprechen und auch das Risiko einzugehen, dass jetzt hier die Situation eskaliert, dass es vielleicht auch mal etwas lauter werden kann. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich glaube, dass ich daran noch arbeiten kann. Denn genau das muss auch offen ausgesprochen werden können. Denn Konflikte oder Spannungen lösen sich ja nicht, indem man sie verschweigt. Es mag diese geben, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber in der Regel sollte es ja das Ziel sein, diese Spannung zu lösen, indem man darüber spricht. Und da könnte ich an der einen oder anderen Stelle definitiv etwas Forscher sein und sagen, hey, es lohnt sich, jetzt in diesen Konflikt zu gehen und das Thema zu besprechen und in letzter Konsequenz auch zu lösen. Ja, ich hätte auf meiner Seite noch das Thema Perfektionismus. Das muss ich mir leider ankreiden. Das geht einher mit dem Zeitmanagement. Ich versuche halt, viele Aufgaben zu perfektionistisch zu lösen. Ansonsten der Komfortzonen-Mensch, den habe ich auch noch mal notiert. Das fällt mir häufig auch auf, dass ich einfach ein Mensch auch bin, der sehr auf seiner Komfortzone bedacht ist und da die Grenzen auch kennt und sich nur eher selten raustraut. Eher selten deswegen, weil aktuell versuche ich das an der einen oder anderen Stelle wirklich zu machen, bewusst zu machen. Und das ist dann auch eine witzige Erkenntnis und dafür kann man auch halt Schwächen nutzen, Erkenntnis gewinnen. Insofern, hey, es ist ja gar nicht so schlimm, weil häufig sind unsere Ängste, das, was wir uns im Kopf vorstellen, was alles passieren könnte, viel, 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 viel größer, als es am Ende des Tages dann tatsächlich ist. Insofern hier vielleicht auch ein kleiner Impuls an der Stelle. Verlasst häufiger eure Komfortzone frei nach dem Motto, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Kommen wir zu dem Thema, wie kann ich jetzt eigentlich gut mit meinen Stärken und Schwächen umgehen? Klar, ich kann das Ganze für mich einmal notieren, kann mir Gedanken darüber machen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Aber wie sollte ich optimalerweise auch im Karrierekontext mit meinen Stärken und Schwächen eigentlich umgehen? Wir haben das ja jetzt bereits ein, zwei Mal anklingen lassen. Einfach das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen ist schon ganz viel Gold wert, weil ich dann davon für mich Handlungsableitungen machen kann. Das heißt, schauen, wie kann ich mit diesen Stärken hausieren gehen? Wie kann ich mit den Schwächen umgehen? Woran kann ich arbeiten? Was ist es wirklich wert? Ich kann das natürlich auch immer in meinem Arbeitsplatzkontext sehen. Was ist gefordert? Was kann ich jetzt leicht erbringen? Wofür brauche ich ein bisschen mehr Aufwand? Und hier möchte ich erinnern an die anderen Folgen und vor allem an die Goodies der vorherigen Folgen. Wenn wir uns mal zum Beispiel den Passion-Navigator aus Folge 3 betrachten. Hier haben wir bereits einige Fragen gestellt und zwar haben wir das den Fünf-Fragen-Start genannt. Was ist unabhängig von Arbeit deine liebste Beschäftigung? Bei welchen Themen wirst du um Rat gefragt? Bei welchen Tätigkeiten kommst du in den Flow? Und auch für welche Tätigkeiten bekommst du Komplimente? Oder was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Und das war natürlich alles in dem Kontext formuliert. Was mache ich gerne? Aber häufig sind ja auch genau die Sachen, die ich gerne mache, die ich einfach auch ganz besonders gut kann. Das heißt, die meine Stärken sind. Und dann haben wir euch angeregt, im Verlauf des Passion-Navigators natürlich auch mal eure Tätigkeiten, die ihr macht, aufzuzeichnen und dann zu bewerten. Was kann ich besonders gut? Oder was geht mir leicht von der Hand? Und auch hier kriege ich ein schnelles Gefühl, weil wir ja auch die Möglichkeit gegeben haben, die Tätigkeiten negativ zu bewerten. Was sind Stärken, aber auch was sind Schwächen? Und da dann halt auch konkret, das jetzt auch unter dieser Betitelung, einmal aufzuschreiben und herauszuarbeiten. Ja. Wir möchten euch auf jeden Fall mit dieser Folge anregen, euch mit euren Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen, aus den genannten Gründen, die Christian gerade genannt hat. Aber auch zusätzlich, und das ist, finde ich, ein sehr spannender Twist an der Geschichte, das werden wir auch noch mal in dem Goodie der heutigen Folge vermerken. Es ist ja eine Sache, selbst für sich zu beschreiben, was die eigenen Stärken sind und was die eigenen Schwächen sind. Aber häufig haben wir ja Stärken, die wir selbst gar nicht identifizieren können, weil wir sie selbst gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel Tätigkeiten, die uns leicht von der Hand gehen, sind für andere vielleicht extrem schwierig zu lösen und fordern viel Energie. Auf der anderen Seite gibt es gegebenenfalls auch Schwächen, die man selbst von sich gar nicht wahrnimmt. Und da möchten wir euch über das Goodie in der heutigen Folge anregen, da einmal einen Test zu machen, das heißt, eure Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung abzugleichen. Und da möchten wir euch inspirieren, einmal in das Goodie dann reinzuschauen. Dort habt ihr die Möglichkeit, eure Stärken und Schwächen zu notieren, das in einem Test zu implementieren, den ihr an Freunde, Kollegen, aber grundsätzlich auch euer näheres Umfeld zu senden und einfach mal diesen Abgleich zu machen. Okay, passt die Wahrnehmung der anderen eigentlich zu meiner persönlichen Wahrnehmung? Und ich glaube, ich selbst habe so einen Test schon mal für mich selbst durchgeführt. Das hat einen unglaublichen Mehrwert zu sehen. Okay, wie wird das eigentlich wahrgenommen von meinem Umfeld? Und das ist eine klare Empfehlung von unserer Seite. Vor allem, das relativiert ja immer auch die Ergebnisse und macht sie ein Stück weit objektiv, sodass ich dann auch viel sicherer sein kann, dass etwas wirklich meine Stärke ist. Nicht nur, weil ich es von mir denke, sondern auch, weil andere es mir bestätigen. Und zum Abschluss dieser Folge möchten wir natürlich noch einmal darauf verweisen, das Goodie bekomme ich wo? www.karriere.marketing einfach für die Mailingliste anmelden. Ganz easy, gar kein Thema und dann bekommt ihr alle Unterlagen. Nicht nur das Goodie von dieser Folge, sondern natürlich auch alle weiteren Goodies aus allen anderen Folgen. Da sind echt spannende Unterlagen dabei. Absolut. Schaut es euch an. Und natürlich möchten wir auch nicht versäumen, darauf hinzuweisen. Uns gibt es natürlich auch in den sozialen Medien, Facebook, Instagram, LinkedIn. Sucht einfach nach Karrieremarketing. Und natürlich freuen wir uns und fordern euch auch in diesem Fall mal forsch dazu auf. Wenn euch das weiterhilft und ihr den Podcast gerne hört, teilt ihn, sprecht mit anderen Menschen darüber, die vielleicht auch gerne in ihrer Karriere vorankommen wollen. Da sind wir gerne Möglichmacher in dem Sinne. Oder schickt uns einfach gerne euer Feedback. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das gut findet, was wir hier machen, wenn ihr vielleicht Themen habt, die wir mal besprechen sollen, schickt uns das gerne zu. Dann werden wir darüber sprechen. Hallo at Karrieremarketing per Mail oder halt in den genannten sozialen Medien als Kommentar. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und freut euch schon auf die nächste Woche. Da geht es rasant und karrieretechnisch brillant weiter. Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. Karrieremarketing Podcast Karrieremarketing Podcast Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing Karriere.marketing Tranquility Base hier. The Eagle has landed. Danke. Vielen Dank.